Ich mach Begrüßung, ne? Weil ich bin der Fameste. Alles klar. Ich bin der Fameste. Alles klar. Ich bin der Fameste. Halt einfach der Mord! Ich, drei, zwei, eins. Ja, mal Leute, was geht? Hier wieder bei Dali Gaming, bei Technik, Streep, Fast Gamer, Bruin, Churnpool und Naroks und natürlich Gumenik. Hi, willkommen. Na, einer muss so Beatboxen, dann Dali so ein bisschen. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute machen wir was ganz anderes. Heute machen wir mal ein YouTuber-Battle. Mit ganz vielen YouTuern, unter anderem Dali Gaming. Gwyn, Halt, Wie heißt der? Hallo! HashtgamerD, Björn, LKZLUX, Des is Naroks und ja, natürlich ich. Dabei haben wir heute auch noch den besten PvP-Spieler der Welt, Dali Gaming. Eigentlich war auch noch Okrim dabei, aber er hat wegen, beim Tag der Arbeit musste er arbeiten. Ja, habe ich auch noch nie gehört, aber es ist so. Und als Unterstützung habe ich jetzt Gumenik. Ach, Gumenik war gar nicht da. Er steht einfach dahin. Let's go! Wir sind hier in der Runde. Hi! Wir haben uns dazu geschlossen, dass wir keinen Stumm, weil der ist lustiger. Genau, das war zwar meine Idee, aber ja, ich bin hier auf der Map Bergwerk oder was auch immer, wie die Map heißt. Eiseninsel. Genau, Creep, wie findest du die Map Eiseninseln? Ganz gut, also. Ist eigentlich der Bug noch da mit den Blöcken? Dass man keine Blöcke... Ja gut, also da bin ich mal runtergefallen. Wir waren natürlich 80. Ja haut schon raus hier, lass mal waschen, ey. Was habe ich? Blöcke? Fünf oder sechs Blöcke. Jetzt nur. Hier. Zu viele! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Blöcke! Hör auf! Haft mich zu verhalten! Übrigens, wenn ihr mehr davon sehen wollt, also mehr solche YouTube-Mittel. Nein. Nein, ganz richtig nicht. Intervitalgames oder so. Oder Metroidis. Nein, das haben wir nicht geregelt so. Das haben wir nicht abgesprochen, dass wir mehr machen können. Nicht heute! Nicht heute! Ja, 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 nee. Wie findest du das? Die wollen einfach mehr machen. Er findet das gut. Ich hab nicht zugehört. Er findet das gut. Er hat nicht zugehört. Ohne Russian. Immer verstehen. Ohne Russian. Russian ist böse. Scheiße, ich komme da nicht hin. Danke. Außerdem Leute, für alle, die das nicht wissen, wir nehmen das gerade auf am 1. Mai, wo andere trinken und so spielen wir Badwars. Und wer hat das organisiert? Dominik, das bist nicht du, hier ist jemand. Irgendeiner. Du hast einen Töten, aber? Ich hab nix, womit ich den töten könnte. Er kommt, er kommt, Dominik. Ich hab den mit Faust getötet. Jawoll. Man, die Ruffy ist am Start, Leute. Ach, in der Tor war die ganze Zeit ein Schwert und ich nehm's nicht raus. Ja, gut. Du willst nie glauben, was ich habe. Gold? Ein Gold. Nice, Digga. Heftiger Typ. Bring es nach Hause. Da ist es. Oh mein Gott. Geil. Ich halte es in der Hand. Ich passe da drauf auf, wie auf das Kind, das ich nie habe. Wir werden gerusht. Gerusht, weiß wie lange die Runde schon bei. Das nimmt man nicht mehr rufen. Ich halte sie auf. Komm schon, will er doch hoch. Du hast keine Chance, Nero. Nero ist, du hast keine Chance. Ich bin zu gut. Ich bin PvP-Legende, weißt du doch. Ey, zwei Teams kommen zu uns. Wie läuft es bei euch so? Äh, mich macht gerade besser. Sehr entspannt, ne? Ich hab nix. Nee. Hol den dir. Er kommt jetzt auf jemanden zu uns. Ach, Dominik, du bist es. Ja, gut. Da kommt einer. Wir werden nur gerusht. Was ist das? Er baut sich ganz hoch. Ey, seien Ernst. Hol den dir. Er baut sich einfach ganz hoch. Dominik, pass auf. Ey, ich hab dich aufgenommen. Sehr geil. Hey, im... Nein. Nein, das machst du extra. Du hast aufgenommen. Ja, ja. Ja, wir werden von zwei Teams gerusht. Du kannst reiben das einfach. Zwei Teams. Du kannst reiben das einfach. Nein, 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 nein. Gehen sie. Ey, Jungs, das macht keinen Spaß mit zwei Teams. Ja, nein. Ja, mach schon mal. Creep und Buen und Fast Gamer und das ist Neos. Mach. 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 Das ist mein Welt, hallo. Geh weg. Nein, Mann. Hüb, hüb, hüb. 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 Wurde unser Recht gewascht? Nein, es ist weg, es ist weg, es ist weg, es ist weg. Dalli schummelt. Ey, ich schummelt nicht. Es ist nicht meine Schuld, wenn der Host nicht aufpasst. Hüb, hüb, hüb. Ich spiele ja fair und er tut heimeln. Ja, dann baue es so ab, wenn du fair spielst. Nein, das darf ich nicht. Es wäre sonst unfair. Wer ist eigentlich der Host gewesen? Ich. Ich. Du weißt schon, dass man eigentlich Blockabwürfe ausmacht, ne? Wenn man Badwashed hilft. Ja, aber wir sind alle in ner Party und keiner schummelt. Äh, ja, keiner schummelt, ja, keiner schummelt. Hast recht. Hast recht. Ich weiß nicht, also irgendein Team hat auf jeden Fall, glaub ich, geschummelt. Ich hab das nicht so richtig im Augenblick gehabt. Wir wurden von zwei Teams gewascht, was ist das denn? Ja, ihr... Oh, ich mag euch das nicht. Zwei Teams haben das Team. Creep, du hast keine Chance gegen mich, ich bin PvP-Legende. Das stimmt. Oh, das sagt... Nein! Das sagt... Ja, die Gaming ist richtig gut geworden, ohne Witz. Blödi, hier ist ne tote Leiche vom Creep. Ja, unsere Betten sind weg. Ja, ja, wir können nicht mehr wiederbelebt werden, also wenn ihr mich tötet, bin ich tot. Ach so. Geht. Basiert. Ach nee, ey, das war mies, Fast Gamer, ich musste grad meine Headset richten. Ach, das war so mies, ne? Ach, wie von Zauberhand, ich bin ja noch da. Betten gebaut, alles klar. Nein, 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 hab ich nicht. Nein, das war ein Bug, das war ein Bug. Das Bett war nie weg, das war ein Bug. Also ich sag mal so, ähm, der Host sollte Blockabwürfe ausmachen, also... Ich spiele fair. Wir haben nicht gesagt, wir dürfen die Betten nicht wieder hinbauen. Das wurde nicht gesagt. Ja. Schau mal nicht, wie sich das war. Wohls wieder goldig ist. Sehr gut. Wer hat gewonnen? Wir leben noch. Wir leben noch. Haben wir nicht, das war ein Bug. Okay. Finale ging dann hier. Da hielt sie kommen. Ich hab aus Versehen irgendwie das Bett in der Hand gehabt, dann hab ich's platziert und wie aus Zauberhand kann ich wieder spawnen. Ich komm mit. Mann, ihr baut euch immer alle tausendmal hoch. Nee, Alter. Ohne Witz. Nichts. Das war nicht so schlau. Nein, dein Ernst. Dein Ernst. Dominik, schnell. Du musst ihn aufhalten. Er ist böse. Er ist ehrend. Ah, doch nicht. Er ist böse. Treff mich. Dominik, schnell. Gib ihn. Mach ihn. Töt ihn. Gib ihn. Oh. Monkey D. Ruffy hat wieder zugeschlagen. Ihr seid gut. Ich weiß, dass ich gut bin. Ich weiß, dass ich gut bin. Ich bin der Heftigste. Daniel hat sich verbessert. Ja, ich weiß. Danke. Brüder warst du nicht so der Feste. Aber jetzt bist du richtig gut geworden. Ta-tü-ta-ta. Die Feuerwehr ist da. Alles klar. Brauchst du Eisen? Oha, wir werden gepostpampt. Von wo? Das war tatsächlich. Komm drauf jetzt. Wir machen das, Dominik. Nein, Dominik, da passt doch keiner bei uns auf. Was machst du denn? Egal. Pass auf. Er kommt. Er kommt von hinten. Creep kommt. Okay, egal. Jetzt kann mich punchen. Was geht, Buen? Was geht? Ich lass es nicht zu, wenn du meinst. Scheiße, er baut sich nach oben. Los, komm. Komm, ich hab nur noch ein Herz. Komm. Ich hab nur noch ein Herz. Ich bin runtergesprungen. Ja, spring. Komm, spring. Trau dich. Der hat nen Bogen. Dominik, du musst... Alles gut. Oh, er gibt mir nen Bogen. Ich bin tot. Haben wir gewonnen? Nee, ich bin da. Nein. Ich bin da, wer noch? Ach so, jetzt. Oh, shit. Die haben Bogen. Oh mein Gott. Dominik, wo bist du? Alter, da gab mir was wirklich geschossen. Keine Ahnung. Alles klar. Dominik, ich brauch deine Hilfe. Wo bist du? Hä? Hä? Was ist da? Geile Aktion, Alter. Ey, eigentlich hab ich da rein. Eigentlich sollte der Host Block Abwürfe ausmachen. Eigentlich sollte ich eigentlich in der ersten Runde der Gang rausfliegen. Eigentlich sollte Ockrim heute mitmachen. Eigentlich bin ich eigentlich nicht in Verfassung aufzunehmen. Ja, aber eigentlich war ich im Team und deswegen haben wir gewonnen. Genau und eigentlich ist heute 1. Mai. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit einer Runde Minecraft Bad Wars YouTuber Battle. Mit, ähm, den ganzen Kandidaten. Kamera ist aus. Geil. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschau.